Sie ist auch vergiftet. Das heißt, können wir sie entgiften, während sie K.O. ist? Nein, sie kann auch nicht keinen Trank trinken. Das heißt, sie müsste jetzt einen Mana-Trank trinken, damit... Oh, etwas als... Wir haben 15.000 Gold, wir sollten nicht so sehr auf Trinke achten. Bissens okay, aber übertreiben muss man es ja nicht. So, du heilst, du entgiftest. Jetzt können wir schlafen. Und jetzt gehen wir auf keinen Fall hier weiter. Da... Aua. Gut, das hätten wir geklärt. Wir gehen, glaube ich, mal lieber... Ne, da haben wir alles. Wir gehen zurück zum Observatorium. Vom Observatorium zurück zur Stadt. Gehen allerdings noch nicht in die Stadt, sondern gehen zu dem Bereich, wo wir gesagt haben, dass wir gleich hin zurückgehen. So, vor einer halben Stunde. Nehmlich da, wo die Banditen waren. Und der Essence Orc. Das klingt soweit gut. Ich denke, das wird ein Ticken einfacher sein, weil es da direkt an der Stadt ist. Also da, da, da. Da ist übrigens auch Aua. Aua heißt einfach, komm in fünf Level wieder oder so. Naja, fünf wäre ein bisschen Oberkill, aber so zwei, drei Level sollten es wohl schon sein. Hier ist nichts. Die sind noch überall, diese Büsche, die sollte ich auch alle abklappern. Zack. Juhu, wir haben einen Kampf gefunden. Du. Ah, Wurzeln konnten wir dich nicht wirklich. Aber wegschubsen konnten wir dich. Ne, konnten wir auch nicht. Schießen konnten wir dich. Komm her. Du. Schild. Du. Das da. Du. Erdschadung. Kein Wurzeln. Du. Blitzstrahl. Ich fühle mich stärker. Du guckst erstmal, ob wir ihn vielleicht bogen. Also in dieser Runde töten. Nö, dann machen wir Schild. Bezong. Und bleib weg. Hm. Also das sind ja alles quasi Bonusbereiche, die wir bekommen durch den Segen. Wobei man den Segen zwangsweise bekommt. Also, ne? Und manche davon haben halt was Tolles. Und manche haben indirekt was Tolles. Also entweder gibt es einen Schatz oder es gibt Gegner, die Erfahrungsmonte bringen. Und Loot. Äh, dunkelrote Flüssigkeit. Zack. Für einen Macht. Sehr gut. Wenn wir noch 20 von den Vestern finden, könnte Chirugon auch mal im Nahkampf Schaden machen. Hier ist nix. Okay. Oh ja, die Minotaurern sind schon viel eher unser Gebiet. Hier in der Mitte ist noch ganz viel unentdeckt. Aber hier liegt keine Schaufel oder so. Also brauchen wir das nicht alles. Das haben wir denn hier. Oh. Was bist denn du? Oh. Bist du wieder eine Fortsetzung von dem Rätsel-Dungeon vielleicht? Also da, wo wir hin und her teleportiert sind? das könnt ihr sowas von knicken wenn wir die optionalen superbosse in akt 1 schon nicht schaffen dann will ich keinen optionalen super box in akt 2 versuchen weg den markieren wir mit ganz ganz großem auf der karte wenn sie uns rauslassen gut dass der kampf wird sofort getriggert wohl das wäre richtig garstig so big war da bomben da wollen wir nicht hin absolut nicht hin so wo haben wir jetzt noch so ein bisschen da was machst du schönes alle nahe kampf und fährkampfwerte aller grundmitglieder werden um 10 gesteigert die macht magie wahrnehmungs und glückswerte steigen sich um zehn und zwar richtig lange also zu den statuen sollten wir immerhin gehen wenn wir schwierige kämpfe haben was also so wird feuerholz gesammelt okay das war terekumor das muss keiner verstehen was weiße flüssigkeit da steht nicht dunkelrot und so weiter falls halt dunkelweiß wäre weiß war ich glaube weiß für die zauberer wichtig nein bei wahrnehmung ok terek kann jetzt besser mit der armbruch schießen ist merkte georgon weiß wahrnehmung und rot ist macht das geht nicht und die halt noch nicht so viel aus was schon kurze kürzel 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 ohne fall zum angriff einzeln schaden wurzel einzeln schaden blitz einzeln schaden und tot tot also wolfshöhle vielleicht mit dem geräusch nach genau gruppe fühlt sich gesegnet dunkle abwendung 20 widerstand gegen dunkler angie ab mal da dunkel abwendungs alter könnte vielleicht wichtig sein für den big badabum dass man vor dem big badabum immer zu der statue geht dieser jungen frau ich glaube die war da wichtige statu also vor solchen optionalen kämpfen dass man zu der wichtigen statu geht hierher geht und alles so an buffs einsammeln was man kriegen kann und dann hoffentlich zeitlich genug zurück zur höhle kommt damit das noch tickt während man den buff drauf hat aber 240 haut das eigentlich immerhin ich glaube da könnten wir ganz in akt 1 zurücklaufen das sieht sehr cool hier aus was das war es ist gar nichts drin okay ist einfach mal ein schöner ort die man besuchen kann das ist ja auch okay oh warte mal du flüsterne schatten flüstern uns allerdings auch nichts ist einfach nur ein schöner dico ort ich gehe trotzdem mal mit den schatten jetzt mal hier lang eigentlich müsste fast alles noch mal ablaufen aber ich denke in der wildnis wird es nicht so viele geheimnisse geben wie im dungeon ich stimme dafür dass wir campieren wer ist mit mir sagt talana das können wir jetzt auch ein bisschen missverstehen okay da lang du mach bitte neue schatten und die statu wirklich hier gut dass wir schlafen buffs dürfen nicht verschwinden genau haben wir uns den buff nicht neu abholen können weil wir ihn noch haben oh warte mal ach so ist gar nichts da ist ein turm es könnte dann schon sein deswegen gehen wir noch vorbei was nein deswegen gucken wir was hallo du ihr habt diesen ort gefunden interessant klatsch spannung mit ihr rollen wie man den wind nicht ziehen kann so sind die menschen immer darauf bedacht sich über ihre grenzen hinaus auszubreiten und land für sich zu beanspruchen das ihnen nicht zusteht sie haben die so haben sie talat angegriffen um tuidana land zu stehen und so greifen sie jetzt unsere abgesandten an viele mitgliedische elfischen hofes rufen nach vergeltung und setzen könig vaniel zu unsere ansprüche auf die wälder von yonschal gelten zu machen falls nötig mit waffen gewalt wenn das imperium truppen auf der halb in sie stationiert fürchtig dass ein krieg unvermeidlich sein wird dunkel elfen er versucht nicht einmal seine abscheu zu verwerken die sonnengeheuer haben das recht verwirkt elfen genannt zu werden sie haben sylander zurückgewiesen und vor nun fast zehn jahren das unverzeihliche getan sie haben unseren könig ermordet und die mutter der bäume zerstört vor zehn jahren erst gibt seit zehn jahren dunkel elfen ok nächste seite könig waren hier war zu nachsichtig mit ihnen sie hätten alle getötet und mit ihrer und ihrem blut die erde gedüngt werden müssten die sie geschändet haben ja das passiert wenn man elfen zu stinkig macht sie sehen aus wie world of warcraft elfen und lassen sich komische haare wachsen und die rüstung leuchtet und da ist wieder ein punkt wo man nur mit dem sägen hin kann da genau markieren also ist offensichtlich auf der karte aber trotzdem markierung schaden nicht so der turm da war aber eigentlich interessant hier rum da rum kann man gar nicht rein als würde es nur so eine jagd aus guck dann ist ja ok tränke und gold auch sehr ok das heißt es geht hier in die richtung weiter und das sieht auch nach sackgasse aus du mach doch mal das da zwei fässer ok eine mondseidenspinne lange nicht gesehen wird es nicht besonders viel aushalten genau sogar gerüben konnte treffen pulsierende grüne flüssigkeit also elf im gebiet hier oben erstmal abgehakt das heißt wir können mich hier noch ein wenig aufdecken nichts da großes aua dunkle abweisung ich glaube wir sind nicht hier mit dem gebiet jetzt durch das heißt wir müssten erstmals müssten wir jetzt in die stadt zurück sachen verkaufen neue tränke kaufen na ist auch egal um die quest abzugeben und so weiter und danach können wir einfach hier weiter im südwesten da kämpfen wo der minotaure diamantikor und das erstelementar zusammen standen das sah ja auf den ersten blick ein wenig bedrohlich aus aber ist es nicht so wirklich es gab auch einen direkten weg zur stadt ne ja da lang flüsternde schatten immer wieder neu machen nur für den fall dass auch in der stadt irgendwelche secrets sind so und rein da